Also das Wetter ist ja richtig, richtig schön, aber mir ist irgendwie nicht so richtig heiß und deswegen brauche ich jetzt mal was, was mir so richtig, richtig einheizt und ich glaube, ich brauche ein paar nackte Kerle. Würdest du dich für mich obenrum nackig machen? Nee. Und für deine Freundin? Ich bin nicht seine Freundin. Für deine Freundin, die du aber dabei hast. Weil ich glaube, dass da drunter ein Sixpack steht. Also du bist ja steckt. Du bist ja schon sehr muskulös auf jeden Fall. Der ist szenig, würde ich sagen. Bist ein schlanker, großer Typ. Mach's glaube ich jede Frau an und du würdest einfach jedem einen Gefallen tun, wenn du das jetzt machen würdest. Der zweite Grund ist außerdem, dass ich eine Wette am Laufen habe mit meinem Kollegen und ich brauche einfach nackte Männer. Würdest du das kurz machen? Ja? Dankeschön. Nur kurz hoch. Oder dann ausziehen. Ja, kurz ausziehen. Schau mal, das ist doch mein Körper, oder? Entschuldigung, würdest du dich kurz für mich nackig machen? Oh, cool. Dankeschön. Und wie ist es hier so? Schön warm, sehr angenehm und sehr ruhig. Voll geil, dass du dich für mich ausgezogen hast übrigens. Dankeschön. Ja, gut. Ach, schau, der ist nackig. Yay! Ich würde sagen, jetzt haben wir hier ordentlich die Friedenspfeife geraucht. Jetzt könnt ihr euch auch für mich nackig machen. Alter, das sind mal Beach Buddies, ey. Aber nur für dich. Ich weiß nicht, was das soll, aber ich find's gut. It's music only. Energy.